Bei Telefonica Germany packen die Mitarbeiter kräftig zu. Und das diesmal nicht wie gewohnt im Büro, sondern in sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland. Zu diesem Volunteering Day hat Telefonica seine 285.000 Mitarbeiter weltweit aufgerufen. Die Mitarbeiter von Telefonica Germany sind diesem Aufruf gerne gefolgt und gehen mit einer 400-Mann- und-fraustarken Truppe an den Start. Auch Markus Haas, Mitglied der Geschäftsführung von Telefonica Germany, engagiert sich als Freiwilliger in einem Think-Bake-Jugendprogramm. Die Kinder und Jugendlichen in den sozialen Einrichtungen bringen den Mitarbeitern viel Offenheit entgegen. Sie sind neugierig auf die Leute, die ihnen an dem Tag begegnen. Jede Art von Aufmerksamkeit und Interesse an ihrer Welt freut uns und freut die Jugendlichen ungemein. Und die Dankbarkeit und das Feedback, das die Mitarbeiter von Telefonica Germany zurückbekommen, gibt uns sehr viel. In fünf deutschen Städten verschönern die Freiwilligen die Umgebung der Jugendlichen oder unterstützen sie bei ihrer Berufsorientierung. In dem Projekt Was kann ich, was liegt mir, durchlaufen die Jugendlichen beispielsweise einen Parcours mit handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder kreativ-gestalterischen Aufgaben. Diese Station wird von Managing Director Human Resources Joachim Kugoth, also einem Spezialisten auf diesem Gebiet, betreut. Für ihn erfüllt der Volunteering Day eine wichtige Funktion bei der Entwicklung von Mitarbeitern. Für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, weil es Telefonica zeigt, dass wir auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen. Und für mich persönlich ist es jedes Mal eine tolle Erfahrung, weil man einfach mit anderen Menschen in anderen Situationen zusammenkommt und sowohl Kollegen in einer ganz anderen Umgebung kennenlernt und ganz anders mit ihnen redet und eben auch mit den Kindern arbeiten kann. Und vielleicht können wir ihnen helfen, sich zu orientieren. Und ich denke, damit können wir einen guten Beitrag leisten. Die Jugendlichen sind von der Aktion und Unterstützung begeistert. Also ich finde es ganz lustig. Das Streichen hat Spaß gemacht und das mit den Farben finde ich auch ganz toll, weil ich mag Kunst. Ja, es gefällt mir schon. Es macht Spaß, mal andere Sachen zu machen, als wir jeden Tag in die Schule zu gehen und Mathe, Deutsch oder Technik oder so zu machen. Die weltweite Teilnehmerzahl von 10.000 Mitarbeitern, die Telefonica mobilisieren konnte, zeigt, dass der Volunteering Day nicht nur in Deutschland erfolgreich war und sich die Jugendlichen bestimmt auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr freuen können.